So, jetzt kommt das letzte Lied über die Papiere. Die Papiere sind wichtig, aber eigentlich sollte doch der Mensch ziehen und nicht die Papiere. Aber ist halt so. Wir können uns momentan noch nicht anders organisieren. Wo sind deine Papiere? Ich darf immer gern dich schmieren. Ihre darfst du ja nicht ziehen, darum schwer zu verstehen. Dass wichtige Papieren ein schönes Leben führen, du kannst es auch verlieren mit falschen Papieren. Wer die Papiere ausstellt, wer sie bezahlt und bestellt, verantwortlich ist der Staat, der sich selten danach fragt. Dank richtigen Papieren ein schönes Leben führen, du kannst es auch verlieren mit falschen Papieren. Wer könnte nach dir suchen, den Aufenthalt verbuchen, mit entspöchen, wie es war, ihm dort vertrauen ist doch klar. Dank richtigen Papieren ein schönes Leben führen, du kannst es auch verlieren mit falschen Papieren. Dank richtigen Papieren ein schönes Leben führen, du kannst es auch verlieren mit falschen Papieren. Dafür schreiben üben, schwerer dich zu betrügen, hast du was unternommen, wirst du Recht bekommen. Ja, dank richtigen Papieren und auch noch ein Recht dort.